Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Tutorial über FreeCAD. In diesem Video-Tutorial werden wir uns mit den verschiedenen Messmöglichkeiten in 3D beschäftigen. Wir werden an einem Beispielobjekt uns anschauen, wie man das Messlineal verwendet. Wir werden uns außerdem anschauen in der Part-Workbench, wie man hier diese verschiedenen Messmöglichkeiten anwendet. Und wir werden uns außerdem noch in der Arc-Workbench den Survey-Mode anschauen, was man damit alles machen kann. Wir werden dann im nächsten Schritt an einem Beispielobjekt mit Hilfe der Draft-Workbench das Draft-Dimension-Tool und das Text-Annotation-Tool und das Shape-String-Tool noch einmal in Aktion sehen. Und wir werden uns, wie gesagt, anschauen, wie man verschiedene Bemaßungen hier einfügen kann, wie man den Text-Stil einstellt und was es da alles so zu beachten gilt. Die eingesetzte Version von FreeCAD ist ein 0.16 Development Snapshot unter Windows 7 64-Bit. Als Beispielobjekt für unsere Messungen in 3D soll dieses Objekt vorerst dienen. Wenn ich mir also als erstes dieses Lineal-Tool hier oben anschaue, dann kann ich damit den Abstand von zwei Punkten in 3D absolut messen. Der entscheidende Punkt ist, dass ich mit diesem Tool nicht in der Lage bin, genau die Eckpunkte zu fangen. Also dieses Tool arbeitet zum Beispiel nicht mit den Snap-Modes in der Draft-Workbench zusammen, sondern so wie ich die Punkte hier beim Klicken erfasse, so wird ihr Abstand berechnet und entsprechend ausgegeben. Dagegen, wenn ich in die Part-Workbench wechsle und diese Möglichkeiten hier mir anschaue, dann habe ich hier die Möglichkeit, einen linearen Abstand oder einen Winkel zwischen zwei Elementen zu messen. Als Elemente kann ich zum Beispiel Eckpunkte hier nehmen oder Linien oder Flächen. Das heißt, ich kann zum Beispiel entweder diese Fläche markieren und diese Fläche. Wie man sieht, beide Flächen sind markiert. Und wenn ich dann auf dieses Tool hier klicke, bekomme ich hier mit dieser grünen Schrift 50 mm als Abstand dieser beiden Flächen angezeigt. Ich kann aber auch nur das Tool selbst aktivieren. Dann kommt hier die Auswahl hoch und ich kann mit den Steuerelementen noch auswählen, möchte ich den absoluten Abstand in 3D angezeigt bekommen oder möchte ich nur die Deltas angezeigt bekommen, also x, y und z, jeweils als Delta. Und wie gesagt, in der Auswahl selbst kann man zum Beispiel sagen, ich möchte den Abstand von diesem Eckpunkt zu diesem Eckpunkt hier, dann bekomme ich 10 mm. Ich kann genauso gut auch sagen, ich möchte den Abstand von dieser Linie zu dieser Linie, dann bekomme ich hier 20 mm. Oder ich kann den Abstand sagen, von dieser Fläche, jedes Mal wenn er etwas richtig erkannt hat, zeigt er ja hier diesen grünen Haken. Und dieser Fläche, dann bekomme ich hier 15 mm angezeigt. Ich kann mit diesem Icon hier alle die angezeigten Bemaßungen wieder löschen. Und kann auch zusätzlich, als Trick, auch innerhalb von Skizzen, diese Messungen durchführen mit Hilfe von diesen Tools. Wenn ich mich also zum Beispiel dafür interessiere, wie die Mittelpunkte dieser beiden Bohrungen hier im Raum zueinander liegen, linear gemessen, dann kann ich, so gesehen als kleinen Trick, diese Fläche hier anwählen. Ich gehe in die Sketcher Workbench und lege dort eine Skizze auf diese Fläche. Ich übernehme diesen Kreis hier und zeichne eine Linie vom Mittelpunkt dieses Kreises senkrecht irgendwo hin. Länge egal. Ich schließe die Skizze und jetzt sieht man, dass diese Linie hier angezeigt wird in der Skizze. Wenn ich auch noch eine Skizze auf diese Fläche hier lege, hier ebenfalls diese Kante übernehme, damit ich den Mittelpunkt bekomme und dann hier auch eine Linie zeichne von diesem Mittelpunkt waagrecht hier raus. Die Länge völlig egal. Ich schließe die Skizze. Dann bin ich in der Lage, wenn ich in die Part Workbench zurückgehe, mit Hilfe dieses Linearmessen-Tools ganz genau diesen Endpunkt der Linie zu fangen und diesen Endpunkt dieser Linie hier und bekomme dann die entsprechenden Entfernungen angezeigt. Hier rot die absolute Entfernung in 3D und in grün die entsprechenden Delta-Entfernungen in X, Y und Z-Richtung. Den Durchmesser der Bohrung lässt sich nicht so einfach hier messen mit den vorhandenen Tools. Die einzige Möglichkeit, die sich bieten würde, wäre den Durchmesser mittels Draft Dimension Tool zu bemessen, entweder linear oder halt eben dann wirklich als Durchmesser zu bemaßen. Das werden wir uns dann jetzt als nächstes alles anschauen. Vorher werden wir uns noch kurz anschauen, was wir in der Arc Workbench mit dem Survey Mode machen können. Und zwar, wenn ich den Survey Mode anklicke und dann zum Beispiel auf einen Endpunkt hier irgendwo klicke, dann bekomme ich seine Koordinate in Z-Richtung. Wenn ich auf eine Fläche klicke, bekomme ich bei der Koordinate steht hier ein kleines Z, dann 20 mm, also die Z-Höhe sind 20 mm, und bei der Fläche angeklickt steht hier ein kleines A für die Fläche und dann steht die Fläche hier in dem Fall in Quadratmillimeter angegeben dran. Oder ich kann ein Doppelklick irgendwo hin ausführen und bekomme dann für die Fläche, auf die ich doppelt geklickt habe, einmal die Fläche angezeigt, wie viel das ist und für das gesamte Objekt, das jetzt markiert ist, bekomme ich noch das Volumen angezeigt. Innerhalb des Survey Modes kann ich mir auch die Länge von Objekten anzeigen lassen. Also kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich den Survey Mode aktiviere und hier diesen Kreis hier anklicke, dann bekomme ich ein kleines L, das sieht man jetzt hier ein bisschen schlechter, angezeigt und die Länge sind 31,4159 mm. Also so gesehen ist das der Kreisumfang. Denn ich könnte auch sagen, hier die Länge sind hier 75 mm von dieser Kante oder von dieser Kante sind es 50 mm. Das sind jetzt Dinge, die ich mit diesem Survey Modus in der Arcberg Bench machen kann. Diese angedeutete Kamera, die hier als Demonstrationsobjekt dient, besteht aus mehreren Solids, die alle in der Part Design Workbench erstellt wurden und der Vollständigkeit halber sei hier nochmal alles vorkonstruiert. In einem neuen Dokument gehen wir also in die Part Design Workbench und halt eine Skizze auf der XY-Ebene. Wir ziehen ein Rechteck auf und vergeben eine Symmetrie bezüglich diesen beiden Punkten und der entsprechenden Achse und wir vergeben hier eine Symmetrie. Dieses horizontale Maß soll 100 mm betragen. Dieses Maß hier soll 30 mm betragen. Ich schließe den Sketcher und padde um 50 mm nach oben. Und habe hier schon mein erstes Part. Dann lege ich wieder eine Skizze auf die XY-Ebene. Ich verwende das Polylinien-Werkzeug. Ich beginne hier mit einer senkrechten Linie. Waagrecht rüber, senkrecht hoch, waagrecht rüber, senkrecht hoch, waagrecht rüber, senkrecht runter und dann hier wieder zurück. Dann vergebe ich hier noch die senkrecht Beschränkung, die er nicht richtig erfasst hat. Ich vergebe hier eine Gleichheitsbeziehung und dann vergeben wir noch hier eine Symmetrie. Und wenn wir noch sagen, dass diese beiden hier gleich lang sein sollen, brauchen wir nur noch zu sagen, dass das hier 10 mm in der Höhe betragen soll. Hier ebenfalls 10 mm in der Höhe. Das hier sind 30 mm. Das hier sind 30 mm. Das hier sind 100 mm. Und dann brauche ich nur noch den Abstand dieses Punktes vom Ursprung in vertikaler Richtung mit 50 mm festlegen. Und dann habe ich hier schon die Skizze vollständig definiert. Ich pette symmetrisch zur Ebene um unseren bekannten 30 mm. sage OK und verpasse dieser Kante hier eine Formschräge von 10 mm. Und dann brauche ich nur noch unseren Zoom-Knopf und unseren Auslöser zu modellieren. Und vorne drauf die Kameralinse im Prinzip. Und dann sind wir auch schon fertig. Also um die Kameralinse zu modellieren, Durchmesser 50, 30 von der unteren Kante entfernt, mittig und 20 ausgetragen. Kann ich also sagen, ich setze mich auf diese Fläche, hier ein Kreis, ich schaue zu, dass ich den Mittelpunkt auf die Achse skizziere, dann das hier sind 30 mm. Der Radius beträgt 25 mm. Dann ist die Skizze momentan mit der Fläche verbunden, also würde das Pad verschmolzen werden. Deswegen markiere ich diese Skizze und sage Part-Design. Skizze neu ausrichten. Die Skizze, die einer Fläche zugeordnet ist, soll von der Fläche entfernt werden. Jawohl. Dann gehe ich auf Abbrechen. Jetzt habe ich die Skizze hier entsprechend von der Fläche entfernt. Ich drücke hier dann noch auf Aktualisieren. und dann kann ich die Pad-Operation mit 20 mm ausführen und habe hier auch schon die Kameralinse entsprechend modelliert. um unseren Zoom-Drehregler mit einem Durchmesser 20, 5 hoch, 15 hier rein, auf die Mitte, also schauen wir uns da auch das mal an. Wir gehen auf diese Fläche und sagen, einen Kreis bitte schön mit dem Mittelpunkt auf dieser Achse. Dann blende ich kurz diese beiden Solids aus und gehe wieder in die Skizze, damit ich etwas besser arbeiten kann. Diese Entfernung sind 35 mm. Das hier ist ein Radius von 10 mm. Ich schließe. Ich löse wieder die Skizze von der entsprechenden Fläche und mache dann wieder mein Pad um 5 mm. Sage OK. Dann kann ich das hier wieder einblenden und sagen, ich gehe auf diese Fläche und skizziere hier meinen Auslöser drauf. Dann sage ich, ich vergebe hier eine Symmetrie bezüglich der horizontalen Achse Ich zeichne außerdem noch bewusst eine schräge Linie hier rein, definiere diese Linie als Konstruktionsgeometrie und vergebe dann von hier in Bezug auf die Linie noch eine Symmetrie und von hier auf die Linie auch eine Symmetrie. Ich habe bewusst eine schräge Linie gezeichnet, damit er diese Senkrechtbeschränkung nicht automatisch reinfängt, weil die wäre dann zu viel. Das wäre dann eine Überdefinition. Ich kann jetzt die Skizze schließen, blende wieder diesen Solid hier aus, damit ich etwas besser arbeiten kann, gehe wieder in die Skizze und sage, dieser Punkt ist von der Achse oder vom Ursprung entsprechend 35 entfernt und das hier sollen 10 mm sein und hier ebenfalls 10 mm sind schon vollständig definiert. Ich schließe die Skizze über Skizze neu ausrichten, löse ich auch hier die Verbindung von der Skizze zur entsprechenden Fläche. Ich aktualisiere zur Sicherheit und kann dann meine Pad-Funktion ausführen um 5 mm und sage OK. Dann blende ich diese beiden Solids wieder ein und habe hier meine Kamera schon mal komplett erstellt. Was ich jetzt in Sachenbemaßung zeigen werde, lässt sich über die Draft Workbench hier über diese Eigenleiste alles erreichen. Wir werden das Draft Dimension Tool besprechen, die Text Annotation und Shape String. Wenn ich unter Bearbeiten Einstellungen auf das Icon Draft klicke und dann hier bei Texte und Bemaßungen draufklicke, kann man hier sehen, welche Einstellungen für das Bemaßen in 3D prinzipiell gelten sollen. Bei der Font Family steht standardmäßig der interne Schriftart Satz drin. Allerdings muss ich dazu sagen, diese interne Schriftart ist nicht in der Lage, das Grat Symbol zum Beispiel darzustellen für irgendwelche Winkel oder so. Deswegen habe ich es hier überschrieben, wenn man ein bisschen den Cursor drauf stehen lässt, kommt ja als Tooltip auch schon richtig, dies ist die Standard Schriftart für alle Textentwürfe und Dimensionen. Sie kann eine Schriftart wie Arial, ein Standardstil wie Sans, Serif oder Mono oder so etwas sein oder halt eben eine Familie und in meinem Fall habe ich Arial Doppelpunkt Leerschritt Bold reingeschrieben, um eine fette Arial Schrift zu bekommen, weil die normale Arial Schrift die ist doch ein bisschen dünn für meine Verhältnisse. Ich habe die Schriftgröße hier mit 3,5 Millimetern standardmäßig mal gesetzt. Man kann ein Display Mode einstellen, ob es eine 2D Darstellung sein soll oder eine 3D also eine gekippte Ansicht quasi des Maßes dass das Maß zu der Kamera her schaut. Dann Extension Line Size das ist also der Überstand dieser Bemaßungshilfslinien. Ich kann auch wählen ob ich einen Pfeil einen Kreis oder einen Punkt als Begrenzung haben möchte der Bemaßung. Ich kann die Größe des Pfeils einstellen. Ich habe ihn mal hier auf 1,5 Millimeter gestellt. Und ich kann auch die Textorientierung kann ich noch von links auf rechts umschalten. Ich kann noch den Abstand der einzelnen Buchstaben voneinander also das Textspacing noch vergrößern oder verkleinern. und ich kann festlegen ob standardmäßig das Einheiten suffix in den Abmessungen angezeigt werden soll. Also in unserem Fall Millimeter oder Grad oder was auch immer. Und dieser untere Teil hier bezieht sich dann auf das ShapeString Tool. Dem habe ich zum Beispiel einen standardmäßigen Areal Schriftart Satz zugewiesen. Wenn ich also jetzt auf dieses Dimension Tool mal drauf gehe und da ein bisschen drauf bleibe dann erscheint ihr als Tooltip erstellt eine Dimension also eine Bemaßung ich kann wenn ich Control oder Steuerung in dem Fall drücke dann kann ich einrasten beziehungsweise mit Shift kann ich die Bemaßung beschränken während ich sie erstelle oder halt eben Alt um ein Segment als solches auszuwählen anstelle dieser Shift und Control Beschränkung arbeite ich eigentlich viel lieber mit diesem Button hier der die Arbeitsebene festlegt und zwar wenn ich jetzt als erstes diese Kante von der Länge her bemaßen möchte dann kann ich ja mit diesem Dimension Tool wenn ich da drauf klicke und dann entweder hier drauf klicke auf Kante auswählen oder ich drücke die Alt Taste und wähle dann hier zum Beispiel diese Kante aus dann sieht man wie er hier schon diese Bemaßung herauszieht in 3D wenn ich jetzt irgendwo hinklicke zeigt er mir an 100,00 das ist aber nicht so wie ich das haben möchte deswegen markiere ich diese Dimension wieder und lösche sie mal wieder raus und beschränke jetzt die Arbeitsebene auf diese untere Ebene ich wähle also diese Fläche aus und klicke dann hier auf diesen Button um die Arbeitsebene zu beschränken würde ich keine Fläche auswählen sondern nur hier drauf klicken dann sieht man ich kann hier im allgemeinen Menü auswählen ob ich mich auf eine der drei Hauptebenen oder einen Versatz in positive oder negative Richtung beschränken möchte oder so wie es die Ansicht zeigt oder halt eben eine automatische Einstellung belassen also sprich in meinem Falle markiere ich jetzt hier diese Fläche und klicke hier einmal auf diesen Button und dann erscheint dir so ein Text der sich unter anderem drauf bezieht wo ich hingeklickt habe und jetzt ist die Arbeitsebene auf diese Ebene hier beschränkt wenn ich also jetzt in die axiometrische Ansicht wechsle wieder mein Bemaßungstool anklicke und zum Beispiel sage Kante auswählen dann wähle ich diese Kante hier aus und man sieht schon ich kann jetzt nur noch innerhalb dieser Ebene verfahren soweit ich möchte ich klicke irgendwo hin und habe hier schon meine erste Bemaßung dran stehen wenn ich jetzt diese Bemaßung hier markiert habe in der Baumansicht kann ich hier nochmal über den Ansichtstab diese Dinge einstellen die ich auch schon als Standardeinstellung festgelegt habe ich kann also nochmal wechseln zwischen 2D und 3D Ansicht also so eine zur Kamera hingekippten Darstellung dann kann ich auf sichtbar und unsichtbar natürlich schalten ich kann die Pfeilgrößen verändern ich kann zum Beispiel sagen dass hier so Kreise anstatt von Pfeilen sein sollen oder halt eben Punkte ich kann die Anzahl der Dezimalstellen hier einstellen und sagen ich gehe hier zum Beispiel auf 0 nach Kommastellen Extension Lines 99 Millimeter die ich hier standardmäßig eingestellt habe das ist die Länge dieser Linien hier die steht standardmäßig auf einem sehr geringen Wert und dann hören die Linien hier quasi mitten in der Luft auf wenn ich diesen Wert entsprechend erhöhe gehen die Linien dann weiter bis hin zum Objekt ich kann noch einstellen Flip Arrows also ob er die Pfeile herumdreht dass die Pfeile quasi von außen hier so reingehen ich kann noch manuell halt stellen wir es wieder mal auf false ich kann noch manuell den den Fonten Namen und die Fontgröße ebenso wie die entsprechenden Linienfarben beeinflussen ich kann die Breite der Linie beeinflussen und ich kann manuell den Text überschreiben mit mit bla 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 oder was auch immer wenn ich hier nichts eintrage also diesen Eintrag wieder lösche dann kommt hier wieder das Mast und wird dann gezeigt ich muss ehrlich zugeben was Pattern und Pattern Size anbelangt habe ich das noch nicht schließlich herausgefunden was das in diesem Zusammenhang bewirken soll Show Unit wäre also ob er noch die Millimeter anzeigt oder bei einem Winkel dieses Gradzeichen Text Position da könnte man manuell dann noch die Text Position korrigieren 0 0 0 bedeutet auf der Linie und ich kann auch das Text Spacing also die die Schrittweite zwischen den einzelnen Buchstaben entsprechend vergrößern oder verkleinern so wie ich das haben möchte unsere Arbeitsebene ist ja nach wie vor auf diese Fläche hier beschränkt also so gesehen auf die XY Ebene also kann ich auch sagen ich wähle wieder das Bemaßungstool drücke die Alt-Taste und wähle das hier aus diese Kante und ziehe dann das Maß hier hin wenn ich das Maß entsprechend korrigieren möchte von seiner Position her kann ich auf den Daten-Tab hier wechseln und sicherstellen dass dieses Maß hier markiert ist dann kann ich hier unter Dimline x- und y-Position dieses Maß entsprechend verändern ich kann also aus x 75,5 was hier im Moment entsprechend ist kann ich zum Beispiel 55 machen und schon ist das Maß viel näher an der Kante dran als vorher diese 55 beziehen sich auf absolut 0 und der Nullpunkt liegt ja in der Mitte dieser Fläche ich kann genauso gut über den Daten-Tab auch noch die Richtung des Maßes verändern dieser Distance-Wert lässt sich nicht hier überschreiben sondern ich müsste dafür in den Ansichtstab wechseln und hier bei Override einen Wert manuell eintragen oder einen Text der hier angezogen werden soll ich kann hier auch den Start und den Endpunkt der Bemaßung also diesen Eckpunkt und diesen Eckpunkt so gesehen den kann ich manuell hier entsprechend verändern indem ich die Angabe der Koordinaten hier in dem Fall in x- und y-Richtung entsprechend anpasse mit so gesehen der Grundidee zu sagen ich nehme eine Fläche beschränke die Arbeitsebene auf diese Fläche und bemaße dann entweder die Kante direkt oder eine andere Möglichkeit wäre über die Snap-Modes zu arbeiten dass ich zum Beispiel sage ich stelle hier die Endpunkte ein und in dem Fall könnte man noch den Mittelpunkt hier ein- oder ausschalten ich brauche jetzt mal nur die Endpunkte ich wähle das Bemaßungstool und sage ich wähle das hier als Startpunkt und das hier als Endpunkt ich warte immer kurz bis rechts neben dem Cursor das entsprechende Symbol aufleuchtet und kann dann hier die Bemaßung entsprechend rausziehen wenn ich diese Bemaßung jetzt andersherum ausgeführt hätte also hier den Startpunkt und hier den Endpunkt gesetzt und dann entsprechend rausgezogen hätte dann wäre hier die Leserichtung anders geworden also sprich indem ich hier die Snap-Points verwende und von Endpunkt zu Endpunkt oder Mittelpunkt oder was auch immer entsprechend hier bemaße kann ich die Leserichtung oder vielmehr die Drehrichtung des Textes beeinflussen wir können wir können uns natürlich genauso gut auch einen Durchmesser bemaßen lassen indem ich also diese Fläche hier anwähle und durch Klick auf diesen Button hier die Arbeitsebene auf diese Fläche beschränke dann klicke ich wieder ins Leerum zu deselektieren ich wähle dann mein Bemaßungstool aus sage Kante auswählen und wähle dann diese Kant hier aus und klicke hier zum Beispiel so hin dann wird dieser Durchmesse hier entsprechend bemaßt ich kann auch wieder über Ansicht die üblichen Dinge hier einstellen ich könnte natürlich auch als kleinen Trick quasi sagen wenn ich über die Snap-Modes hier entsprechend den Kreis Mittelpunkt fange und zum Beispiel dann hier notfalls einen Quadrant Punkten fange also zum Beispiel dass ich dann sage ich verwende das entsprechende Tool hier habe bei den Snap-Modes den Kreis Mittelpunkt eingeschaltet also diesen Punkt dann gehen wir zum Beispiel noch auf den Quadranten los und sagen diesen Quadranten hier dann könnte ich so gesehen hier eine Art Radiusbemaßung entsprechend noch darstellen beziehungsweise in dem Falle müsste man dann wegen der Lesrichtung natürlich zuerst von links nach rechts so gesehen entsprechend bemaßen fängt das nicht richtig dann schalte ich noch die Quadranten aus so jetzt fängt er das richtig so und dann könnte ich wenn ich diese Bemaßung hier entsprechend markiere dass ich die dann zum Beispiel noch auf Z30 stelle und wenn ich jetzt dieses Maß hier entferne dann sieht das schon wie ein Radiusmaß hier entsprechend aus genauso könnte ich mir natürlich auch hier einen Punkt setzen oder versuchen über manuelle Fangmodi oder sonstige Dinge einen entsprechenden Punkt zu fangen und dann die entsprechende Position auf einen Punkt setzen der dann zum Beispiel unter 45 Grad entsprechend liegt das wäre also auch alles entsprechend machbar man kann natürlich auch die entsprechenden Durchmesser Bemaßung sich im Prinzip als lineare Bemaßung anzeigen lassen also hier habe ich ja nicht den Durchmesser an sich bemaßt sondern ich habe die entsprechenden Quadrantpunkte bemaßt wie habe ich das also hier durchgeführt ich habe hier in diesem Falle die Arbeitsebene auf die XY Ebene plus 30 Millimeter als Beschränkung festgelegt also ein Versatz um 30 Millimeter XY dann habe ich als Snapmode die Quadranten aktiviert und kann dann sagen ich bemaße von diesem Quadrantpunkt zu diesem Quadrantpunkt und ziehe dann meine Bemaßung entsprechend raus das geht genauso genau das gleiche habe ich hier mit diesem Durchmesser hier entsprechend angestellt genauso kann man auch über die Snapmodes zum Beispiel folgendes machen ich schalte wieder die Quadranten ein und zusätzlich schalte ich noch diese Senkrecht Funktion ein ich bemase dann in dem Fall von diesem Quadrantpunkt dieses unteren Durchmessers da gehen wir mal noch ein bisschen näher hin also von hier nach senkrecht auf diese Linie und kann dann na jetzt habe ich vergessen sehe ich gerade die Arbeitsebene hätte ich noch vorher beschränken müssen also die Arbeitsebene hier drauf beschränken das Bemaßungstool anwenden ich habe senkrecht und die Quadranten eingeschaltet und dieser Quadrant auf senkrecht diese Kante und kann dann entsprechend hier herausziehen und erhalte hier dieses Maß von 15 Millimetern gemessen so gesehen auf die Mitte dieses entsprechenden Durchmessers das ist also auch noch eine Möglichkeit wie man entsprechend bemaßen kann genauso kann ich auch als weiteren Trick Skizzen verwenden zum Bemaßen also zum Beispiel kann ich sagen wenn ich hier dieses Maß entsprechend einfügen möchte das habe ich erreicht indem ich eine entsprechende Skizze hier gezeichnet habe mit einer entsprechenden Linie und quasi diese Linie bemaßt habe die entsprechende Skizze kann man im Nachhinein dann entweder ausblenden oder sogar herauslöschen dieses Maß als Element bleibt bestehen also sprich man kann sagen diese Fläche hier markieren dann gehen wir in die Scatcher Workbench legen eine Skizze auf diese Fläche und sagen wir machen hier eine entsprechende Linie ich könnte sie jetzt natürlich noch entsprechend bemaßen zum Nullpunkt mit allem drum und dran so wie ich das hier mache richtig machen sollte eigentlich diese Zeit spare ich mir momentan und wenn ich jetzt hier hingehe kann ich dann im nächsten Schritt wieder in der Draft Workbench sagen ich bemaße ich schalte bei den Snap-Modes die Endpunkte ein und bemaße dann von diesem Endpunkt zu diesem Endpunkt und ziehe das Maß entsprechend heraus und kann dann wieder sagen ich drehe die Anzahl der Dezimalstellen wieder auf 0 hoch und setze die Font Size auf 6,5 zum Beispiel würde jetzt hier noch dann die entsprechenden Maßpfeile hier rum drehen und fertig so ist diese Bemaßung hier erstellt worden im nächsten Schritt können wir uns auch noch anschauen wie man Winkel richtig bemaßt und zwar diesen Winkel hier mit seinen 45 Grad möchten wir gerne bemaßen Da ich zumindest bei den bisherigen Versuchen immer so Schwierigkeiten hatte die entsprechenden Kanten für die Winkelbemaßung richtig zu fangen verwende ich hier jetzt noch zusätzlich einen weiteren Trick indem ich nämlich eine Skizze verwende ich wähle also diese Fläche aus gehe in den Sketcher Workbench und sage eine Skizze auf diese Fläche ich übernehme diese Kante hier und sage dann mit dem Polylinien Werkzeug wir starten hier mitten im Raum gehen auf diesen Endpunkt der Linie und gehen dann waagerecht entsprechend raus dann kann ich noch diesen Punkt als Element dieser Linie deklarieren und das soll vorläufig schon mal ausreichen wir haben also hier unsere Skizze und können jetzt in der Draft Workbench sagen wir verwenden wieder unser Maß wir haben was vergessen im Eifer des Gefechtes natürlich diese Fläche markieren und die entsprechende Arbeitsebene drauf beschränken falls noch nicht passiert also das Bemaßungstool verwenden dann drücken wir die Alt-Taste und sagen diese Kante und diese Kante und können dann hier unsere 45 Grad anbringen in in dem Fall kann ich hier über den Ansichtstab noch die Anzahl der Dezimalstellen also der Nachkommastellen auf Null stellen ich kann noch die Pfeile wieder rumdrehen dass sie nach innen zeigen ich kann mit Show Unit gleich True dafür sorgen dass er das Gradzeichen anzeigt aber natürlich geht das nur wenn ich vorher auf einen richtigen TrueType Font umgestellt habe in den Einstellungen beziehungsweise dann notfalls hier manuell für diese entsprechende Bemaßung mit der internen Schriftart habe ich es zumindest unter Windows noch nicht geschafft dieses Grad Symbol zu visualisieren dann kann ich nochmal in diese Skizze reingehen und hier die entsprechenden Endpunkte ein bisschen korrigieren ich schließe die Skizze und kann jetzt bei dieser Skizze wenn ich hier einmal in Line Color reinklicke und dann auf diesen grauen Button hier klicke kann ich die Farbe umstellen der Linien auf schwarz jetzt sind noch die Punkte weiß also klicke ich auch hier bei Point Color einmal hier rein dann auf diesen grauen Button hier und stelle immer auf schwarz und schon sieht das aus wie eine ganz normale Bemassungshilfs Linie das ist also dieser Trick wie ich das entsprechend hier hergestellt habe bei der entsprechenden Bemassung bei den Texten ist es so dass dieser Text hier dieses Anmerkungstool ist wobei dieses Anmerkungstool als kleine Beschränkung hat dieser Text kann nur ein einziges Mal um eine der drei Achsen um meine beliebige Gradzahl gekippt werden im Gegensatz zu wie man sieht diesem Shape String Text der natürlich beliebig oft mittels Placement verschoben gekippt gedreht und sonstiges bearbeitet werden kann also sprich wenn ich jetzt hier sage ich möchte gerne gerne dieses Anmerkungstext dann drücke ich auf Return und nochmal dass hier dieses Texteingabefeld erscheint dann sage ich mein Text soll halt S-M-I-L-E sein dann drücke ich zweimal Return und dann erscheint der entsprechende Text ich kann ihn jetzt natürlich mal noch ein bisschen größer machen auf 6,5 zum Beispiel stellen und kann ihn dann mit dieser Rotation Wert kann ich ihn dann zum Beispiel um die X-Achse um 90 Grad kippen das war's auch schon und dann kann ich ihm über den Datentab eine entsprechende Position zuweisen momentan ist ja die ich kann mit Justification natürlich noch die die Bündigkeit entsprechend wie man es unter WinWord oder LibreOffice oder so kennt entsprechend auswählen ob ich einen linksbündigen oder einen rechtsbündigen Text haben will oder einen zentrierten Text belassen wir und geben ihm noch entsprechende Koordinaten mit und sagen zum Beispiel in X-Richtung minus 70 na das war ein bisschen wenig da gehen wir mal auf minus 90 dann gehen wir mal in Z auf 70 ja korrigieren wir hier auf minus 80 zurück und schon passt das einigermaßen wir gehen mal auf die Vorderansicht und sagen in der Sketcher Workbench wie gesagt hier eine Skizze in diesem Fall auf die XZ Ebene per Polylinie kann ich dann hier eine waagrechte Linie hier machen und dann kann ich hier hier hingehen halt stopp hier haben wir ein Segment zu viel gezeichnet das löschen wir wieder raus ich könnte jetzt natürlich noch die Per Constraints die Linie entsprechend korrigieren und so weiter und wie gesagt die Skizze markieren und hier bei Line Color noch auf schwarz umstellen hier bei Point Color ebenfalls auf schwarz umstellen und schon haben wir hier eine schöne Hinweislinie für diesen Text hier erstellt dieser Zoom Text ist wie gesagt in der Draft Workbench entstanden mit diesem Shapestring Tool also ich klicke auf das Shapestring Tool und sage hier 0 0 0 ok im Ursprung wollen wir das haben die Zeichenkette soll sein Zoom dann die Höhe soll sein 10 Millimeter die Verfolgung 0 ich habe ja standardmäßig bei meinen Einstellungen eine Verzweigung auf eine Kopie der Areal Schriftart die ich mir in das Benutzer Verzeichnis kopiert habe drin sitzen hier könnte man auch manuell eine andere Schrift dazu weisen wenn ich wieder auf Return drücke steht hier unten Zoom aus Gründen die sich mir nicht ganz erschließen hat er da bereits bei Placement etwas eingetragen zurücksetzen anwenden so jetzt haben wir Standard Einstellungen für dieses Zoom und ich kann mit Placement entsprechend inkrementell zum Beispiel als erstes sagen um X drehen wir es mal um 90 Grad anwenden dann drehen wir mal um Z in 45 Grad anwenden dann gehen wir auf Z von 60 das ist noch ein bisschen wenig gehen wir mal auf 80 das sieht gut aus dann gehen wir mal auf ein X von 30 ist ein bisschen wenig vielleicht 50 und ein Y von 20 ja das sieht fürs erste soweit gut aus ich sage anwenden und ok und kann jetzt bei diesem Shape String das ja momentan nur ein reiner Text ist ein flacher Text also nicht extrudiert und gar nichts kann ich noch über den Ansicht Tab sagen bei Shape Color das kann ich hier von Grau umstellen auf Schwarz dann ist auch noch die innere Füllung Schwarz dann kann ich noch eine Linie von mir aus sogar hier vom Mittelpunkt dieses Kreises könnte ich noch versuchen zu fangen das wäre eine Möglichkeit oder ich kann halt einfach sagen optisch reicht es mir völlig aus eine Linie von hier zu ziehen zu diesem Fußpunkt von dem Zoom und ich habe hier dann einen entsprechenden Hinweistext angefügt und das sind auch schon die ganzen Tricks mit denen ich diese Bemaßungen hier jeweils alles erstellt habe und somit sind wir auch am Ende des Tutorials angelangt ich hoffe dass ich wie immer ein paar interessante und neue Sachen zeigen konnte und ich wünsche viel Spaß mit FreeCAD wie immer für Kritik und Fragen Anregungen und sonstiges gerne hier auf YouTube wenn die Fragen etwas komplexer werden und vielleicht auch Screenshots benötigt werden bitte im Forum sich registrieren und das nutzen und ansonsten sieht man sich vielleicht in einem anderen Tutorial wieder bis dahin viel Spaß mit FreeCAD und Tschüss